Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, willkommen zur heutigen 24. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute die zweite Jubiläumssendung. Die erste Jubiläumssendung war ja vor einem Jahr. Jubiläumssendung heißt, dass wirklich jetzt schon mit der heutigen Sendung 24 Sendungen stattgefunden haben. Das heißt, jedes Monat eine Sendung. Die erste Sendung, wenn wir zurückschauen, war am 07.06.2012. Und heute, wenn Sie diese Sendung hören, heißt der 05.2014. Auch das letzte Jahr wieder ein ganz interessantes Jahr. Zum einen privat bei mir. Sehr viel gewesen. Ganz ein wichtiges Ereignis. Ich bin Vater geworden. Ganz schön. Und von der Sendereihe auch natürlich ganz, ganz interessante Themen, was da waren. Wir haben so die 13. Sendung gehabt zum Thema Lebendigkeit und Sinn. Dann ist es gegangen um Selbst- und Arbeitsorganisation und Sinn. Weiter ist es dann gegangen im August letzten Jahres zu dem Thema Gartenprojekt und Sinn. Dann ist die Sabine Wolski gekommen zum Thema Haustiere und Sinn. Chronische Erkrankungen waren dann Thema. Dann hat es eine Sondersendung gegeben. Eifrit Lengle hat einen Vortrag auf der Theologischen Universität in Innsbruck gehalten. Und diesen Vortrag habe ich dann dürfen als Sendung ausstrahlen mit dem Titel das Bewegende spüren. Die nächste Sendung war zum Thema Verkehr, Mobilität und Sinn. Neujahrsvorsätze war dann so die erste Sendung im Jahr 2014. Danach Kinder. Danach elektronische Medien, Videospiele und Sinn. Und die letzte Sendung im letzten Monat zum Thema Verantwortung und Sinn. Also Sie hören ganz, ganz vielfältige Themen. Nur bevor ich jetzt da noch weiter rede, was so Inhalt dieser Zeit war, vielleicht lassen wir einfach so die verschiedenen Studiogäste zu Wort kommen. Und zum Thema Zeit, glaube ich, hat es ganz, ganz treffend Bernhard Mayer, Arbeitspsychologe ausgedrückt. Der war in der Sendung Nummer 14 zu Gast zum Thema Arbeitsorganisation und Selbstorganisation und Sinn. Und er hat Folgendes zum Thema Zeit und Zeitsparen, Zeitgewinnen gesagt. Zeitmanagement in dem Sinn ist nicht ein Einteilen von etwas Abstrakten wie Zeit, sondern ein Einteilen vom eigenen Leben. Und ich kann nicht Zeit sparen. Ich kann nur eine Erfahrung nicht haben. Wenn ich die Erfahrung von Arbeitslosigkeit nicht haben will, dann werde ich mich bemühen zu arbeiten. Hoffentlich ist man es dann auch vergönnt, dass bei meinem Willen zu arbeiten nicht trotzdem Arbeitslosigkeit als Erfahrung für mein Leben steht. Oder wenn ich die Erfahrung mache, mir wünsche Vater zu sein, die Erfahrung machen möchte, Mutter zu sein, dann werde ich was dafür dran müssen. Aber Zeit sparen heißt immer, letzter Konsequenz, eine Erfahrung nicht machen, eine Erfahrung sparen, am eigenen Selbst sparen, etwas im eigenen Leben ausklammern. Und Zeit gewinnen wird dann übersetzt damit, eine Erfahrung gewonnen zu haben. Die größten Zeitgewinne im Leben sind ganz besondere Erfahrungen. Für jeden, ganz verschieden. Sie hören ganz interessante Einsichten zum Thema Zeit, die man sich so als Ärzte, wenn es um das Thema Zeiteinteilung geht, Selbstarbeitsorganisation, im Ärzten gar nicht einmal vorstellt, dass es um sowas geht in der Radiosendung. Was haben wir noch da? Wir haben ganz, ganz vielfältige Themen. Wir haben so dieses, ja, dieses Thema da gehabt, den Träumen folgen. Das war zum Beispiel in der Sendung Nummer 15, Gartenprojekte. Dass man einfach seiner Leidenschaft, seinen Träumen folgt und sich auch nicht so sehr irgendwie einschränken lässt durch verschiedene Strukturen, existenziellen Ängsten und einfach an das Positive klappt und daran, dass man einfach sehr viel durch Eigenermächtigung und Selbstkreieren erschaffen kann. Zu Gast bei mir im Studio waren dort einmal Miriam Hammer und Daniel Baumgartner. Miriam Hammer und Daniel Baumgartner haben von einem Gartenprojekt geredet, Urban Gardening, beziehungsweise ein Projekt, wo sie mit der Gruppe der Roma mitsammen, ein Gartenprojekt, einen Bauernhof ins Leben gerufen haben. Also auch da, wenn sie mehr Informationen wollen, dann hören sie vielleicht am besten nach. Das war die Sendung Nummer 15. Und Miriam Hammer hat gerade das gesagt, was sie gehört haben. Wenn wir uns anschauen, was hat der, oder anhören, was hat der Daniel Baumgartner dazu gesagt? Und was war für ihn das Zentrale oder was ist für ihn die zentrale Botschaft, die er Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, mit auf den Weg geben will, dann hat er Folgendes gesagt. Ich würde mir einfach wünschen, dass viel mehr Leute einfach auch ihre Ängste fallen lassen und ihre Zweifel ein bisschen versuchen, fallen zu lassen und einfach mal was probieren. Und einfach mal, anstatt die Möglichkeit einer Veränderung in endlosen Diskussionen bis zum Vier in der Früh weg zu argumentieren, anfangen mal in der Früh aufzustehen und anfangen an einer Veränderung zu arbeiten. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, nur muss man halt einmal den ersten Schritt machen. Also Sie hören, ganz vielfältige Ideen eigentlich, die im Rahmen dieser Sendereihung immer wieder reinkommen. Vielfältige Ideen zu verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel Sendung Nummer 19, Verkehr, Mobilität und Sinn. Elmer Huber, ein Verkehrspsychologe, hat zum Beispiel, wenn wir das Thema hernehmen, was kann ich tun, damit Probleme weniger werden? Folgendes gesagt. Es ist oft sehr leicht, über die anderen Menschen zu urteilen, zu richten, zu bewerten, bis hin zu schimpfen. Viel würde dadurch in die richtige Richtung gelenkt werden und das wäre auch ein Anliegen von mir. Und diese Frage kann man sich auch täglich selber stellen. Was kann eigentlich ich beitragen und tun, damit manche Probleme weniger werden, auch im Straßenverkehr? Und wenn wir dann näher hineinhören und so diesen Bereich der fast Selbsterfahrung näher betrachten, dann können wir in diesem Beitrag noch Folgendes Interessantes hören. Die Situation, ich habe einen Streit gehabt mit meinem Chef und fahre jetzt nach Hause. Und was dann halt oft passiert, sozusagen der Druck, der mir vermittelt worden ist, der Streit, die Aggressivität, die ich vielleicht dann habe, die Wut entzahlen, wo lege ich das hin? Natürlich beim Auto in die Fahrweise. Man fährt dann halt schneller, man fährt aggressiver, man fährt abrupter, man fährt leichter auf auf andere, überholt unter Umständen riskanter. Das wäre natürlich sozusagen die Situation, die man dann auch angehen muss. Aber natürlich die persönlichen Bezüge, wie reagiere ich darauf an jemandem, mich Druck auf dem Haus übt, wenn ich mich ungerechtfertigt behandelt fühle. Was passiert da in mir emotional? Wie kann ich damit besser umgehen, dass ich das im Auto dann eigentlich zum Beispiel am Gaspitalhaus lebe? Also das ist eigentlich einer unserer Inhalte zum Beispiel. Also Sie hören ganz vielfältiges zum Thema Menschsein. Wenn wir uns das noch weiter anschauen, wo es vielleicht so Möglichkeiten der Rollenübernahme beziehungsweise neue Rollen einzunehmen im Leben innerhalb der verschiedenen Sendungen im letzten Sendungsjahr gegeben hat, findet man zum Beispiel was beim Thema Kinder und Sinn. Birgit Teufelberger, eine Psychotherapeutin, die vorwiegend in dem Bereich Kinder und Jugendliche arbeitet, hat hier zum Bereich Kinderspielgruppen Folgendes gesagt. Ich denke mir jetzt vielleicht noch mal so, aufs Spiel zu kommen, oder? So was man da sieht und da denke ich mir, was wir relativ oft sehen. Jetzt rede ich auch wieder von den Kindergruppen, die wir da machen in der Praxis. Aber Kinder, die halt so immer stark sein müssen und irgendwie so immer, unsere Kindergruppen sind ja sehr wurschenlastig und da sind immer alle die Stärksten und die Wildesten und wir haben da oft fünf Könige und fünf Kaiser und fünf Beratenschäfs und so. Und das ist dann immer ganz nett so zu sehen, wenn alle irgendwie Chef sein wollen und die Besten, da wird es ein bisschen schwierig und da wird es eigentlich ein bisschen öd. und dann so zu merken, dass das einmal ganz toll sein kann, wenn man zum Beispiel irgendwie mal gerade einen Kampf vielleicht, wenn man verletzt wird im Kampf und dann gibt es aber einen Sanitäter oder irgendwen, der einem da hilft. Also zu merken, wie das auch sei, dass man einfach eine andere Rolle einnehmen kann, und nicht immer nur der Starke sein muss. Oder dann der Hofnach, also irgendwie so etwas Lustvolles dann entdecken, was jetzt nichts damit zu tun hat, mit diesem ständigen Wunsch und diesem Gefühl, man muss unbesiegbar sein, weil man wahrscheinlich im wirklichen Leben oft diese Rolle nicht einnimmt. Und das ist dann ganz schön so zu sehen, wenn die Kinder dann auch sagen, na das war heute toll, wie ich da versorgt worden bin. Und es war ganz gemütlich in der Höhle drinnen, viel besser wie draußen am Schlachtfeld. Meine Damen und Herren, Sie hören der Existierende Mensch, Sendung Nummer 24, die Jubiläumssendung Zwei Jahre der Existierende Mensch. Ich möchte Ihnen einfach über das letzte Sendungsjahr hinweg ein bisschen Auszüge einspielen, ganz interessante Auszüge aus den verschiedenen Sendungen, ganz vielfältige Sendungen zu sehr vielen Themas. Wir haben zum Beispiel die letzte Sendung gehabt zum Thema Verantwortung und Sinn. Gotthard Bertsch, Psychotherapeut, Pädagoge und Leiter einer Opferschutzstelle der katholischen Kirche. Näheres hierzu finden Sie und auch Näheres zu den anderen Gästen finden Sie natürlich auf www.sinn-los.at Da können Sie auch die ganzen Sendungen noch einmal nachhören. Gehen Sie hinein, gehen Sie auf die Links und hören Sie nach. Es zahlt sich wirklich aus. Also heute hier, natürlich in dieser Zeit, sage ich mal, es handelt sich ja circa um zwölf Sendungen und natürlich kann ich den nur bruchstückehaft in gewissen kleinen Auszügen hier in dieser einen Stunde hineinpacken. In dieser Sendung Verantwortung und Sinn hat es zum Beispiel ganz eine interessante Aussage gegeben zu dem Thema Verantwortung abgeben beziehungsweise Verantwortung zu übernehmen. Also ich glaube schon, dass der erste Reflex das ist, irgendwelche Begründungen zu finden oder zu suchen und ganz schnell einmal zu bringen, um Verantwortung nicht zu übernehmen. Okay. Also das fällt mir ganz viel auf. Also kenne ich bei mir selber auch. So irgendwie, so fast schon ganz rationell, dass man das von sich weiß, wenn man einen Fehler gemacht hat, sondern man hat vielleicht ganz schnell eben eine Begründung da, wie man das einfach wegrationalisieren kann, dass man da jetzt einfach einen Blödsinn gemacht hat. Also ich glaube, das gilt heute nach wie vor. Dass das einfach, ja, dass man uns schwert, um wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Aber wir haben zum Glück auch die Fähigkeit, im zweiten Schritt das dann doch zu tun und merken dann, es tut uns eigentlich auch gut. Wenn wir wirklich die Verantwortung übernehmen, in dem Wort Verantwortung steckt ja auch das Wort Antwort drin. Also wirklich auch eine Antwort zu dem geben, was jetzt zum Beispiel gerade passiert ist und da nicht darauf einzugehen und zu antworten quasi den Anforderungen oder den Anfragen, das tut uns Menschen schon gut. Da macht es dann plötzlich irgendwie auch Sinn. Ja, aber leider ist es halt oft auch so, dass es erst im zweiten Schritt uns gelingt oder im dritten und ich glaube, da geht es uns allen gleich. Also manche Leute können das natürlich ein bisschen besser, manche tun sich da ganz schwer, weil sie irgendwie vielleicht auch mit Ängsten das in Verbindung bringen, so trauen sich nicht. Ja, aber ich glaube, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, das ein Stück weiter zu lernen, die Erfahrung zu machen, wenn sie Verantwortung übernehmen, dass es ihnen ganz gut tut, dass sie nicht den Kopf verlieren, sondern dass sie vielleicht sogar Ansehen gewinnen, wenn nicht vor anderen, dann vor sich selber, wenn sie in den Spiegel schauen und sagen, ja, ich stehe dazu. Ja, das ist, von dem her ist Verantwortung ein schönes Thema. Wenn wir weiterschauen auf den Menschen mit seinen Grundbedürfnissen im Leben, findet man zum Beispiel was bei der Sendung Nummer 20. In dieser Sendung ist es gegangen um Neujahrsversätze und Sinn. Zu Gast war Eduardo Duran-Rodriguez, Theologe, Coach, Lebenssozialberater und der hat was gesagt über zwei Grundbedürfnisse des Menschen. Es sind zwei Grundbedürfnisse, die ich irgendwie immer wieder feststellen kann hinter solchen Äußerungen. Der erste ist dieser Wunsch nach Wachstum. Das ist anscheinend genetisch schon vorprogrammiert, dass wir die Erfahrung machen, auch im Mutterleib, dass wir im permanenten Wachstum uns befinden und dieser Wunsch nach Zugehörigkeit. Ein Wunsch von jemandem zum Beispiel abzunehmen, hat auch eine gesellschaftliche Nebenwirkung und zwar oft auf mehr Akzeptanz zu stossen und das heisst mehr zu dieser Gruppe oder zur Gesellschaft zu gehören. Und diese zwei Bedürfnisse sind irgendwie reflektiert in dem Wunsch oder in den Wünschen aus sich mehr mit der Familie zu beschäftigen oder mit mehr Zeit für die Freunde auch. Interessant war auch, wenn man bestimmte Themen immer wieder mal hört über die verschiedenen Sendungen hinweg. Zum Beispiel das Thema Langeweile und Langeweile nicht als ein Defizit erleben, sondern vielmehr als Ressource betrachtet. Zum einen hat es Eduardo folgendermaßen erwähnt. Das Beste, das einem Kind passieren kann, ist, dass es mal langweilig wird, weil in der Langeweile werden Ressourcen aktiviert. Und ich würde dazu sagen, nicht nur die Langeweile, sondern auch vielleicht, wenn es nicht so viel herum um ihn steht, dann ist er auf sich selbst gestellt und da werden wirklich viele Ressourcen aktiviert. Zum anderen hat es noch der Thomas Schrettl, Systemadministrator und Let's Player formuliert in der Sendung 22. Da ist es gegangen um elektronische Medien und Sinn und der hat geantwortet auf die Frage, was machst du gerne mit folgender Antwort? Wandern. Okay, das ist natürlich mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Weil neben all der ganzen IT und den Spielen braucht man einen Ausgleich und jetzt momentan, wo wir aufnehmen, die Sendung ist ja offiziell zumindest Winter, wenn auch vielleicht von der Temperatur her nicht ganz so und ich vermisse das Wandern schon sehr mittlerweile, weil bei Regen und so macht es halt nicht ganz so viel Spaß und das ist eigentlich mein Ausgleich meine Langeweile sozusagen, also weil man sagt ja, der Mensch braucht Langeweile um kreativ sein zu können auch, muss man ja weg von den ganzen externen Reizen und eben, das ist dann richtig bewusstes Wegkommen vom sonstigen Alltag raus in die Natur, andere Reize, passive Reize, vielleicht auch kein Zwang sich Gedanken zu machen und dann kommen meistens die richtig guten Ideen. Wenn wir sogar bei der Sendung sein, Sendung Nummer 22, dann ist mir noch in Erinnerung der Bereich, wir haben versucht, den Bereich Computer, Videospiele als Ressource zu betrachten, als einen positiven Bereich zu betrachten, aber auch diesen Bereich Computersucht haben wir ein bisschen, sage ich mal, gestreift mit folgender Aussage. Also ich persönlich würde ich mal behaupten, nicht, wobei natürlich die Selbsteinschätzung oft einmal nicht ganz die richtige ist, ich würde es eher davon ableiten, dass ich sage, wie hat sich jetzt mein Leben entwickelt, habe ich die Sachen erreicht, die ich erreichen wollte, war ich erfolgreich, war ich in der Schule, ansprechend gut, habe ich einen vernünftigen Beruf gefunden, wenn das alles funktioniert hat, dann würde ich behaupten, kann der ganze Rest nicht ganz so schlimm gewesen sein. Und rückblickend würde ich sagen, es war alles bisher sehr, sehr nach Wunsch. Also ich habe alles immer manche Sachen mit etwas Verspätung, wie Studium oder ähnliches. Allerdings in meinem Umfeld natürlich, weil wenn man sich viel mit Computern, mit Computerspielen auch beschäftigt oder mit Videospielen, wie wir es ja genannt haben, dann lernt man natürlich entsprechend viele Leute auch kennen oder taucht ein bisschen tiefer in die Materie ein, wenn man sich vielleicht auch etwas beliest zu dem Thema und da muss ich sagen, auf jeden Fall, also Suchtpotenzial ist da definitiv viel vorhanden und es wird auch größer, das Potenzial, also um auch mal ein paar Zahlen zu nennen nach den Erhebungen, die ich kenne, das ist von der Ipsos Media CT, soweit ich das weiß, ist das eine Studie, das ist jemand, also eine Firma oder eine Vereinigung, die sich primär mit Spielen beschäftigt und die sagen, dass 42% glaube ich der österreichischen Leute, die einen Zugang zu Computer haben, auch spielen und das zählt als glaube ich in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal ein Spiel gespielt zählt als man ist ein Spieler, also ist jetzt natürlich ein bisschen flexibel der Begriff, aber eben also allein schon eine Menge Leute, die überhaupt spielen, die also Zugang haben zu spielen und wie wir schon gesagt haben, Spiele werden immer einfacher verfügbar, genauso wie Geräte zum Spielen immer einfacher verfügbar werden, weil man kann natürlich mittlerweile auch auf dem Smartphone, das man immer dabei hat, weil jeder hat ein Handy oder ein Smartphone kann man auch spielen und kann natürlich dort theoretisch viel Zeit damit verbringen und viele, viele mobile Spiele, also viele Spiele, die fürs Handy gemacht sind, sind genau auf das ausgelegt auch, dass sie ein bisschen ein Suchtgefühl verursachen wollen, weil das auch das Geschäftsmodell natürlich ist, weil jeder, der ein Spiel macht, kommerziell will das natürlich verkaufen, will Geld damit machen und jetzt ist die Frage, wie mache ich das beste Geld damit, naja, entweder die Leute zahlen einfach 100 Euro fürs Spiel was keiner tut natürlich, vielleicht auf dem PC oder so, da zahlt man 50, 60 Euro, aber jetzt gerade auf dem Handy oder auf dem Smartphone, wenn ich da ein Spiel mir besorge, das ist oft kostenlos, vermeintlich natürlich, ich bekomme dafür halt Werbung eingeblendet ab und zu zum Beispiel und dann ist es natürlich umso lukrativer für denjenigen, der das Spiel programmiert hat, wenn die Leute umso länger spielen, umso mehr spielen und entsprechend sind die Spiele dahingehend programmiert, dass man eben möglichst lang, möglichst viel spielt. Sie hören, auch kritische Betrachtungsweisen beziehungsweise über den Bereich hinaus gehende Betrachtungsweisen, sage ich mal gerade, hier war es zum Thema elektronische Medien und Sinn. Was immer wieder auch natürlich Bestandteil dieser Senderei ist, sind zum einen die Sinngedanken, die Sinngedanken habe ich aber jetzt bei dieser Sendung nicht mit drinnen, die werden es dann ab der nächsten Sendung wieder hören, Sinngedanken heißt, dass ich immer wieder Leute befragt habe, was verstehen sie unter Sinn, was fällt ihnen dazu ein, wenn sie den Bereich Sinn hören, was ist für sie sinnvoll, meine Damen und Herren, wenn sie was dazu sagen wollen, dann rufen sie mir entweder an, oder schreiben sie mir E-Mail, wenn sie anrufen können, sie mir eine Nachricht hinterlassen und einfach ganz kurz heraufsagen, hinaufsagen, was ist für sie sinnlos, was fällt ihnen ein zu dem Thema und die schneist dann gerne zusammen, bringst dann gerne in einer der nächsten Sendungen. Wenn sie in der Sendung vorkommen wollen, dann rufen sie auch entweder an oder schreiben sie mir Mail, näheres hierzu unter www.sinn-los.at Auch sie würde ich gerne zur Sendung einladen. In dieser Sendereihe geht es mir um den Bereich Mensch sein. Es geht mir immer wieder um eine Verbindung herzustellen zu dem Sinn-Konzept von Viktor Frankl, Psychiater, Neurologe, hat die dritte große Wiener Richtung der Psychotherapie gegründet, neben der Individualpsychologie von Alfred Adler. Neben der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Seine Richtung hat den Namen Logotherapie und Existenzanalyse und da geht es neben anderen Bereichen ganz zentral um den Bereich Sinn, Sinnfindung oder um Grundbedürfnisse auch in weiterer Folge zum Beispiel hat es weiterentwickelt Alfred Lengle oder auch andere und da geht es eben auch um Grundbedürfnisse des Daseins um unser Leben und Viktor Frankl hat zum Beispiel drei Prachtstraßen zum Sinn genannt und diese drei Prachtstraßen also wie wie verspüren sie den Sinn in ihrem Leben beziehungsweise was wären so Straßen auf denen sie gehen könnten um Sinn zu erleben da hat er zum Beispiel beschrieben es wäre zum einen schöpferische Werte das heißt wo in was für Bereichen haben sie Möglichkeiten was Neues zu schaffen was ins Leben hineinzubringen da kann es um Schreiben da kann es um Gedichte da kann es um Malen da kann es also um alles mögliche geben wo sie was in das Leben hineinbringen der zweite Bereich wäre der Bereich der Erlebniswerte wo erleben sie das Leben wo nehmen sie teil am Leben wo sind sie mit Haut und Haar beim Leben dabei und der dritte Bereich wäre der Bereich der Einstellungswerte das heißt in Zeiten in denen sie vielleicht nicht mehr schöpfen und nicht mehr erleben in dem Sinn können oder nur mehr eingeschränkt weil es zum Beispiel eine Einschränkung aufgrund von einer Erkrankung gibt in diesen Zeiten geht es um ihre Einstellung zum Leben und hierzu war zum Beispiel bei der Sendung Nummer 24 was Sendung Nummer 24 da ist gegangen um chronische Erkrankungen und Sinn Martina Huber Psychoonkologin klinische Gesundheitspsychologin hat hier zu dem Thema mit mir gesprochen und sie hat da folgendes gesagt zum Bereich Sinn im Leiden dass viele Menschen diese Herausforderung einer so schwerwiegenden Erkrankung angenommen haben und für sich sogar neue Wege gefunden haben neue Wege gefunden haben das Leben zu meistern und mit dieser Situation umgehen zu lernen nicht nur die Person selbst sondern auch Familie Freundeskreis und aus meiner Erfahrung habe ich auch gesehen dass viele Menschen begonnen haben ihr Leben ein Stückweise vielleicht auch zu verändern verändern dahingehend dass sie angefangen haben bewusster im Hier und Jetzt zu leben das hört sich jetzt so banal an im Hier und Jetzt aber wenn wir selbst denken an uns selber denken wie oft verharren wir mit unseren Gedanken entweder in der Vergangenheit grübeln herum was wäre wenn was hätte ich getan wenn und wie oft und wie oft galoppieren unsere Gedanken in die Zukunft was möchte ich was werde ich und wie oft sind wir wirklich präsent in dem jetzigen Augenblick dass wir wirklich sagen und jetzt jetzt bin ich da das zählt und habe nicht hunderttausend andere Sachen im Kopf Der existierende Mensch eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirat freies Radio Innsbruck auf 105,9 Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Meine Damen und Herren Sie hören die Sendung Nummer 24 die Jubiläumssendung zum zweijährigen Bestehen der Sendereihe Der existierende Mensch und mir geht es heute darum Ihnen Auszüge aus dem letzten Sendungsjahr zu bringen Wir haben gerade vor dieser Einspielung vor meinem Zwischen-Jingle was gehört von der Martina Huber Martina Huber war bei der Sendung Nummer 17 zu Gast wo es gegangen ist um chronische Erkrankungen Wir haben was gehört zum Bereich Sinn im Leiden und sie hat da weiteres gesagt wo es darum geht was gewinnt was verändert sich Also die Wertschätzung des Lebens gewinnt für viele der Betroffenen wirklich enorm zuzunehmen Man kann direkt zuzuschauen wenn Patienten dann die schwierigsten Situationen hinter sich gemeistert haben mit dem Arzt mit dem Psychologen mit dem Physiotherapeuten Masseur wer da alles zusammenspielt und man dann eine Phase hat wo es einem gut geht wo man Kraft hat dann merkt man die leben ganz bewusst mit der Familie mit den ganzen Hobbys alles was da möglich ist eben neue Möglichkeiten viele denken ja später werde ich mir einmal das leisten oder das machen und dann wird eben der Fallschirmsprung jetzt gemacht und nicht erst in zehn Jahren oder der Ausflug dorthin oder das Besammensein das wieder Kontaktaufnehmen mit jemand anderem weil der Mensch dann merkt es zählt das ist jetzt und nicht erst in fünf Jahren weil ich weiß nicht was in fünf Jahren ist und das kann man irrsinnig gut beobachten genauso auch dass sie Beziehungen intensivieren habe ich immer wieder festgestellt an Beziehungen zum Partner zu den Kindern zu den Eltern wenn es jüngere Patienten sind dass man merkt wir sind eigentlich alle miteinander verbunden egal ob uns etwas trennt ob das jetzt die räumliche Trennung ist oder ob es eine Sache ist die nie ausgesprochen wurde angesprochen wurde im eigentlichen sind wir alle miteinander verbunden und wir engen uns oft nur ein durch unsere Gedanken Gefühle Vorstellungen und ich habe die Erfahrung gemacht wenn man sie dann zusammensetzt sei es in der Familie sei es mit einem Mediator wie auch immer aber wenn diese Dinge angesprochen wird dann geht es ein Stück besser weiter und es ist eine Bereicherung für alle auch der Punkt des spirituellen Bewusstseins den du angesprochen hast den habe ich immer wieder beobachtet bei vielen Menschen in unterschiedlicher Art und Weise es geht wirklich nicht um Religion jetzt sondern einfach wenn ich mit so einer schwerwiegenden Erkrankung konfrontiert werde setze ich mich mit meiner eigenen Endlichkeit auseinander und auch diese sinnvoll was hat denn das jetzt alles für einen Sinn warum gerade jetzt gerade jetzt wo alles gut gelaufen ist gerade jetzt wo ich einen Job habe oder einen Partner gefunden habe oder gerade jetzt wo die Kinder immer noch so gelernt sind und da finden viele nach Erhalt Antworten und Stärke durch einen Weg der ihnen ja das spirituelle zeigt das ist ganz egal ob das jetzt eine Religion ist oder die Natur ist oder was auch immer Menschen suchen sich dann das raus was für sie und ihre Lebenssituation am passendsten ist der Mensch sucht sich immer das heraus was für ihn am passendsten ist wo findet man das noch das findet man zum Beispiel in der Sendung Nummer 13 Lebendigkeit und Sinn Monika Greyer Kindergartenpädagogin Bäuerin so gerade in dem Bereich Schule am Bauernhof sehr versiert da macht sie ganz viel und da hat sie zu dem Bereich Urlaub am Bauernhof folgendes gesagt und die auf einmal dann aufgehen bei Tätigkeiten ja nur weil sie sich einmal bewegen dürfen dass sie mal nicht nur dass sie mal was Wildes unter Anführungszeichen dann dürfen zum Beispiel ausmischen oder so das klingt jetzt vielleicht komisch aber diese Kinder blühen auf oder dass sie sich selber was zubereiten und das schmeckt dann auch weiter sagt sie auch dass man einfach ein Kind sein darf so sehe ich das und dass man sich einmal dreckig machen darf also da geht es ganz viel um Lebendigkeit bei dem Thema Lebendigkeit und Sinn und sie hören einfach für was das auch da ist was so wichtig ist ja und wir finden zum Beispiel gerade in dieser Sendung dann auch so dieses Potenzial was es hat zum Beispiel auch von Bereichen was zu lernen wo man sich es vordergründig gar nicht einmal so vorstellt dass das Lernpotenzial für einen verbirgt das habe ich in meinem Leben oft festgestellt mit Menschen die mir begegnet sind und die die mir manchmal vielleicht so zart waren oder so und danach habe ich eigentlich gesehen was mir dir eigentlich geholfen haben also dass wir die eigentlich weitergebracht haben die Auseinandersetzung also irgendwie dass man das vielleicht manchmal so sieht wenn einer so richtig wurmt diese zwei Gedanken also entweder ist es was eigentlich bei dir selber die total aufregt oder dass halt das deine Aufgabe ist die du jetzt zu bewältigen hast Also sie hören auch Leute die sie aufregen die sie vielleicht vordergründig eher fordern was sie eher ausstellen wollen können ganz ein hohes Potenzial für sie selber einfach auch mit sich bringen sie hören ganz vielfältige Themen was ich immer noch wie immer wieder betonen kann ich muss sagen mir gefällt es auch selber wie sie es auch hören sonst würde ich es auch nicht machen und mir gefällt an dieser Sendereihe gerade das dass eben diese Vielfältigkeit der Themen da ist und dass es ja immer wieder Menschen sind die sich auf etwas ganz Persönliches einlassen und dieses Persönliche dieses Einlassen auf das Persönliche ist zum anderen nicht leicht ganz klar und braucht natürlich eine hohe Authentizität so die Möglichkeit einfach authentisch von sich selber sprechen zu können versucht habe ich das Ganze immer wieder und wäre es auch weiter versuchen durch den existenziellen Steckbrief existenzielle Steckbrief was einfach fünf Fragen hat ja fünf Fragen die es ein bisschen ermöglichen sollen hinter den Menschen zu blicken der hier in der Sendung sitzt diese Fragen wären fünf sind es gar nicht es sind sogar sechse der erste der Fragesätze wäre der Name ist schon ganz klar ein bisschen komisch warum frage ich nach Namen wenn ich davor eh Namen schon sage aber wie es immer wieder gehört haben seien auch Menschen da die fast vielleicht nicht so ganz gebräuchliche Namen da haben und wo es schon auch nochmal gut ist wenn die Person den Namen sagt weil sie vielleicht nicht gerade richtig ausspricht die verschiedenen Namen das zweite geboren bei geboren ist es ganz interessant zu beobachten wie vielfältig diese Frage beantwortet wird von ganz genau auf den Tag auf den Monat beschrieben das Geburtsdatum kalendarisch oder geboren in einer Großfamilie als drittes Kind also ganz ganz vielfältig wie diese Frage beantwortet wird dann ganz interessant die Frage aufgewachsen und hierauf was verbindest du mit deiner Kindheit und da möchte ich jetzt ein paar einfach auch nochmal zur Sprache kommen lassen was verbindest du mit deiner Kindheit habe ich zum Beispiel wenn man bei der Sendung Nummer 13 bleiben Monika Greier gefragt und sie hat folgendes antwortet also mir fällt die Freiheit fällt mir ganz stark ein wir sind am Rande eines Dorfes groß also eigentlich auf einem Weiler groß geworden mit vier anderen Bauernhöfen und für mich war die Kindheit also ganz etwas wunderschönes also ich weiß zwar dass wir müssen haben auch fest mithelfen aber ich habe das nie so als Last empfunden aber einfach das Gefühl wenn man dann alles erledigt hat und dann durfte man bis Punkt 5 die Mama war da streng aber ich durfte im Wald spielen wir haben durfte mit der Natur in Kontakt treten ohne dass uns irgendjemand etwas vorgegeben hat oder dass uns jemand gesagt hat was man zu tun hat und was werden andere antworten zu dieser Frage was verbindest du mit deiner Kindheit Sonnenspielen Radl fahren fliegen was könnte noch was sein aufgewachsen was fällt ein dazu wenn ich ans aufwachsen denke dann ja ich bin in einem mittelgroßen Dorf in Südtirol aufgewachsen und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke dann denke ich viel ans spielen also spielen mit den Freunden an das freie und selbst organisierte spielen und herum vagabondieren und sporteln mit meinen Freunden oder was findet man nur dazu auch in der Sendung Nummer 15 Gartenprojekt ich bin aufgewachsen mit sehr viel Freiheit mit sehr viel Naturverbundenheit sehr spielerisch und immer mit sehr vielen Leuten rund um mich herum weiters finden wir zum Beispiel in der Sendung Nummer 17 zu der Frage was verbindest du mit deiner Kindheit Familie Freunde Lachen aber auch durch schwierige Momente gehen und daraus wieder auftauchen weiter gehen Sendung 19 Aufgehobenheit ein tolles Zuhause Konstanz Unbeschwertheit die Freiheit mich entwickeln zu können wenn wir in Sendung 20 ein bisschen über Europa hinausschauen und Richtung Südamerika Kolumbien schauen findet man dazu fällt mir ein dass es damals eine Kindheit war ganz anders als wie meine Kinder zum Beispiel diese Kindheit erlebt haben es war kein Zeichen von Internet von Handy von Computerspielen es war mehr der Ball auf der Straße für Fußball oder für Basketball es war mehr die Zeit wo wir miteinander sehr viel spielen konnten viel Körperkontakt ja ganz anders oder auch zum Beispiel in der Sendung 22 ich würde sagen zentral damals waren bei mir eigentlich noch die Freunde allerdings war bei uns eine gemeinsame Beschäftigung schon sich eben mit Videospielen auseinandersetzen auch alleine natürlich aber vermehrt auch beziehungsweise damals sehr sehr oft auch zu zweit zu dritt zu viert von dem der Freundeskreis ein zentrales Element und der Computer eine gute Beschäftigung für uns damals sonst ja Schule sehr sehr zentral also wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke und sagen müsste was ist mir meist in Erinnerung geblieben dann ist es Schule gehen und eben mit den Freunden gemeinsam Computerspielen und bei der Sendung 23 bei Verantwortung und Sinn hören wir schön und nicht immer ganz einfach Sie hören also ganz ganz vielfältige Antworten natürlich könnten Sie sich das jetzt auch fragen was verbinden denn Sie mit Ihrer Kindheit könnte ganz eine interessante Fragestellung sein beim existenziellen Steckbrief ist dann weitergegangen und dann und dann heißt einfach was war denn nach der Kindheit bis jetzt wie hat denn so Ihr Leben ausgeschaut als letzte Frage im existenziellen Steckbrief frage ich immer habe ich immer gefragt und werde ich auch weiter fragen was machst du gerne auch das wäre natürlich ganz interessant ein bisschen durchplatteln und da noch einmal ein paar Sendungen Revue passieren lassen zum Beispiel Sendung Nummer 14 ich lese gerne ich brauche gerne Musik ich tue gerne wandern ich gehe gerne ins Kino ich treffe mich gerne mit Freunden mich interessieren Themen die aus dem Raum der Psychologie kommen die aus dem Raum der Theologie kommen die aus dem Raum der Technik kommen oder die Nummer 19 Verkehr Mobilität und Sinn in meiner spärlichen Freizeit ich habe Familie mit zwei kleinen Kindern wenn ich mal wirklich Zeit für mich habe würde ich gerne wieder mehr Radl fahren gehen das sind meine Pläne für das nächste Jahr bereits ich habe sonst sehr viel zu tun mit der Arbeit aber auch mit der Technik die mit der Arbeit ermöglicht da ist viel im Computerbereich zu tun und erledigen ich lese sehr gerne nutze auch da die entsprechenden Medien höre ab und auch gerne Musik zwischendurch und ansonsten beschäftige ich mich viel mit den Kindern und der Familie insgesamt und Nummer 21 Themenbereich Kinder und Sinn da gibt es viel was ich gerne mache also ich bewege mich ganz gern bin viel draußen in der freien Natur biete ziehen ins Bukan irgendwie so in den Bergen oder im Sommer auch daheim vielleicht am See also in Oberösterreich ich bin gern mit meiner Family also mit meinen Kindern ich habe zwei Kinder die Rosa die ist jetzt neun und der Simon ist siebzehn bin gern mit Leuten unterwegs das ist vielleicht das was in der letzten Zeit ein bisschen leidet also im Sinne von so Freundschaften zu pflegen oder Freunde zu treffen ist was was ich sehr gern tue und was mir auch ganz wichtig ist aber was in der letzten Zeit oft aufgrund des Zeitmangels vielleicht ein bisschen zu kurz kommt gehe ich gern ins Kino oder Konzerte Ja meine Damen und Herren Sie hören Der existierende Mensch die 24. Sendung dieser Sendereihe eine Jubiläumssendung wir ich und sie blicken zurück auf das letzte Jahr der existierende Mensch ganz unterschiedliche Themen ganz unterschiedliche Leute hier bei mir im Studio und ich spiele jetzt gerade ein paar so Impressionen dieser Leute ein was mir noch gut in Erinnerung war und auch immer noch ist ist aus der Sendung Nummer 14 Selbst- und Arbeitsorganisation da ist um eine Grabrede gegangen denkt man sich so gar nicht wenn man dieses Thema als Überschrift liest Bitte seien Sie nicht überrascht aber stellen Sie sich vor Sie wären tot und nutzen Sie die Gelegenheit jetzt als Toter oder als Tote über den Dingen schwebend Ihr eigenes Begräbnis zu beobachten stellen Sie sich vor wie ein Begräbnis erscheint Ihr Chef Ihr ehemaliger Chef und wird eine Ansprache über Sie als Tote als Tote enthalten Es wird Ihr Freund Ihre Freundin Worte finden um über Sie zu erzählen wie Sie wenn waren im Leben Sie erkennen auch wieder den Pfarrer natürlich auch er wird etwas sagen über Sie und Ihr Leben und nicht zuletzt sind da vielleicht noch Ihr Partner Ihre Partnerin sind da vielleicht auch Ihr Kind oder Ihre Kinder die etwas über Ihre Mutter über die Verstorbene über Ihren Vater den Verstorbenen sagen wollen hören Sie zu Sie hören wie der Pfarrer spricht und finden ich erkenne mich da nicht wieder das bin ja gar nicht ich stellen Sie sich vor da wird über jemanden gesprochen dessen Leben Sie gelebt haben der aber mit dem Leben das Sie gelebt haben nichts zu tun hat und stellen Sie sich jetzt die Frage wollen Sie das oder hätten Sie gerne dass der der da spricht von Ihnen spricht der von dem Leben spricht das Sie gelebt haben wollten das das was Sie wirklich sein das was Ihnen wichtig ist und das alle Redner jeder mit seinem Blickwinkel sieht und wiedergibt der Partner der Sie beschreibt als den Partner der Sie gerne wären oder gewesen wären überlegen Sie sich wie sollten die Grabisreden von Menschen die Ihnen etwas bedeuten aussehen und was müssen Sie jetzt tun oder ändern dass die Reden mit ihrem Leben dass sie noch leben übereinstimmen Sie haben ja noch Zeit das war ja nur Visualisierung Sie sind noch nicht tot ich wünsche Ihnen alles Gute also Sie hören bewegende Einblicke in verschiedenste Betrachtungsweisen des Lebens hierzu finden wir zum Beispiel noch was in der Sendung 23 Verantwortung und Sinn zum Thema Konsequenzen der Alfred Lengler bei dem ich ja auch die Ausbildung gemacht habe der hat ja immer gesagt ich meine wenn ich Nein sage dann sage ich zu etwas anderem Ja und auch umgekehrt oder wenn ich zu etwas Ja sage dann sage ich zu etwas anderem Nein also das heißt ich habe ein Stück weit da immer mit den Konsequenzen von diesem Ja beziehungsweise Nein dann auch zu leben oft ist es ja nicht zum Glück nicht so groß nicht die existenzielle Entscheidung aber wenn ich mich jetzt für ein für eine Schokolade entscheide entscheide ich mich gegen einen Apfel ein Stück weit ja und mit den Folgen habe ich zu leben mit den Folgen haben Sie zu leben das heißt also jede Wahl beinhaltet auch die Konsequenz dass Sie etwas anderes nicht wählen Sie haben jetzt der existierende Mensch gewählt jetzt in diesem Moment und haben sich gegen etwas anderes entschieden die heutige Sendung wie gesagt ein Rückblick auf das letzte Jahr der existierende Mensch auf ein sehr vielfältiges Jahr mit ein paar Impressionen Impressionen können natürlich nur bruchtstückhaft sein das heißt es wird immer was außen vor bleiben wollen Sie die Sendung als gesamtes nachhören dann gehen Sie auf www.sinn-los.at und Sie können die gesamte Sendung hören ich glaube einige Sendungen wenn nicht die ganzen Sendungen wären es wirklich wert sie zu hören die Sendung Nummer 18 wie ich Ihnen schon kurz gesagt habe war eine Sondersendung das Bewegende Spüren ein Vortrag von Alfred Lengli auf der Theologischen Fakultät der gesamte Vortrag können Sie nachhören und danach kurz Interviews mit Menschen die bei dem Vortrag waren und da möchte ich Ihnen gerade ein kurzes Interview einspielen vielleicht können Sie sich ein bisschen was dazu vorstellen also ich fand es sehr interessant dass in der Existenzanalyse entgegen dem allgemeinen heutigen Zeitgeist die Subjektivität der Menschen betrachtet wird auch dieser Vortrag wäre es wert anzuhören bei den verschiedenen Themen finden Sie immer wieder Vorstellungen beziehungsweise wie so Aufforderungen Sie könnten sich auch mitbeteiligen wo Sie sich mitbeteiligen könnten wäre zum Beispiel Sendung Nummer 15 Gartenprojekte spiele Ihnen ganz kurz was vor zu dem Inhalt beziehungsweise um was es da geht also das Projekt heißt eigentlich Waldhütler also normal drüber stehend und so heißt es einfach das Haus wo wir drin wohnen und das Haus gehört im Stift Wilten und ist einfach uns zur Verfügung gestellt worden um einen Platz für Roma also Leute aus der Slowakei eine Schlafstelle zu bieten und so sehen wir eigentlich auch die Roma als Hauptbegründer Initiator ist der Yusuf Windischer und ganz viele Leute also Vinzenz Gemeinschaft und ganz viele andere Helferlein haben mir geholfen das Projekt aufzubauen und wir sind da sozusagen die sozialen Hausmeister vor Ort also wir wohnen einfach mit den Roma dort und schauen dass einfach alles gut abläuft und sind dann eben dadurch dass sehr viel Fläche rund um dieses Haus ist sehr viel Grundstück da ist haben wir uns einfach gedacht das wäre eigentlich auch ein idealer Platz für einen Gemeinschaftsgarten und haben uns dann ein Konzept überlegt oder wie wir das aufbauen was für Visionen da sind wie wir das umsetzen können und haben das dann so ein bisschen an verschiedene Einrichtungen oder Bekannte oder Leute hinaus gesendet und es sind jetzt ungefähr 40 Gärtnerinnen die einfach solche Tannenbeete haben also es geht um Integration und Vielfalt also es sind immer so zwei, drei Leute die auf so ein Beet schauen und dann gibt es auch noch so Gemeinschaftsbeete wo einfach jeder mithilft so wie ein Kürbisfeld oder ein Kartoffelacker und ja es ist Wahnsinn wie viel da entsteht also wir haben das Frühjahr begonnen und jetzt blüht alles und auch Beet ist kreativer wie das andere Auch eine Möglichkeit sich zu beteiligen war bei der Sendung 16 da ist es um den Bereich Haustiere und Sinn spielen auch gern ein Und wenn man sich auch einsetzen will für die Tiere wir bieten haben ein kleines Team auch und jeder hat so ein anderes Betätigungsfeld also Rudi zum Beispiel ist einer unserer Sitter er hat gesagt er sieht liebend gern Hunde weil er gern raus geht so wie Hundebesitzer sind die Natur genießen die Natur Verbundenheit auch genießen aber wir sitzen ja auch Tiere Katzen andere Tiere wie Hunde nämlich Katzen auch Echsen wir haben auch schon Fische gehabt auf die wir aufpassen müssen und ich bin auch nicht überall Profi Fischhaltung ist ja eine schwierige Sache das ist eine Wissenschaft für sich wir haben auch mal einen Vortrag organisiert über Fischhaltung und liebend gern wenn einer sagt ich bin Fischer liebend gern bitte mit mir Kontakt aufnehmen und wir können dann über alles reden oder auch mal Hunde ausführen oder Katzen betreuen liebend liebend gern freue ich mich jetzt schon ja meine Damen und Herren jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Jubiläumssendung ankommen wieder in dem Sinn weil das war auch bis jetzt bei jeder Sendung am Ende spürbar dass noch so viele Bereiche Themengebiete da wären über denen man reden könnte mit den Einzelnen was bei mir in der Sendung war vielleicht ergeben sich ja auch in Zukunft wieder einmal die eine oder andere Möglichkeit wo ein Studiogast was bei mir schon in der Sendung war in die Sendung wiederkommt und weiterredet ich glaube die Themen sind wirklich unerschöpflich das hat sich immer wieder gezeigt auch wie gesagt meine Damen und Herren wollen auch Sie in der Sendung vorkommen dann rufen Sie mir an schreiben Sie mir ein Mail ich würde Sie gerne hier in der Sendung bei mir sehen und ich glaube Sie liebe Hörerinnen und Hörer würden den einen oder den anderen oder die eine und die andere auch gerne hören ja scheuen Sie sich nicht egal mit was für ein Thema melden Sie sich bei mir ich freue mich auch auf die Zukunft einfach auf das sagen wir mal das nächste Jahr von der existierenden Mensch weil in einem Jahr werden wir uns wieder in Form einer Jubiläumssendung hören vielleicht dann auch eine Live Jubiläumssendung diese Sendung war jetzt aufgezeichnet Sie haben ja gehört innerhalb von diesem Jahr es hat sich immer wieder mal so ein bisschen abgewechselt einige Sendungen waren live da hätten Sie dann anrufen können hier im Studio die Studionummer finden Sie unter www.sin-los.at und einige Sendungen sind einfach voraufgenommen weil es einfach nicht ausgegangen ist entweder vom Studiogast oder von mir ist dann voraufgenommen worden und dann ausgestrahlt also scheuen Sie sich nicht wenn Sie sagen nein eine Live Sendung will ich nicht wenn dann will ich was voraufgenommen ist kein Problem dann nehmen wir auch die Sendung vorauf meine Damen und Herren ich bedanke mich bei Ihnen für das fleißige Zuhören entweder von dieser Sendung oder von den vergangenen Sendungen und würde Sie auch gerne wieder vor den Radiogeräten sehen hören am Telefon wie auch immer bei den zukünftigen Sendungen am Ende würde ich gerne Bernhard Meier zur Wahl kommen lassen weil der hat ein ganz interessantes Gleichnis auch noch einmal mit hereinbracht am Gleichnis wo es um die wichtigen Dinge unseres Lebens geht hören wir uns das doch an ich wünsche Ihnen vorab schon einen sinnvollen Abend auf Wiederhören dann am 5. Juni da wird es mit Elisabeth Riederer eine Lebenssozialberaterin um das Thema Alter uns hingeben also ich glaube auch ganz eine interessante Sendung aber jetzt lassen wir nochmal Bernhard Meier zu Wort kommen ja um die Steine des Lebens ich möchte Geschichte erzählen von einem Zeitmanagement Guru der befragt wurde von Managern die keine Zeit hatten sie würden gerne eine Kurzfassung haben vom Zeitmanagement der Zeitmanagement Guru hätte eine Stunde Zeit Guru denkt nach und sagt okay nimmt ein Glas ein 5 Liter Glas stellt es vor den Managern hin und tut fünf große Steine ein in dieses 5 Liter Glas er fragt die Zuhörer die Jünger die von ihm was lernen wollen ist das Glas nun voll einer von den anwesenden Damen und Herren sagt ja das ist voll daraufhin nimmt der Zeitmanagement Guru einen Sack mit Kieselsteinen schüttet ihn hinein rüttelt und schüttelt es verdichtet sich der ganze Sack hat Platz er stellt wieder die Frage ans Publikum ist voll die Manager lernen schnell einer antwortet wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht daraufhin nimmt unser Guru einen Sack mit Sand füllt ihn ein rüttelt und schüttelt der Sand verteilt sich zwischen den Kieselsteinen und den großen Steinen er stellt wieder die gleiche Frage ist das Glas nun voll wahrscheinlich wieder nicht er nimmt noch ein Glas mit Wasser ein Liter schüttet es ein und siehe da auch das Wasser hat noch Platz er blickt in die Runde was habt ihr gelernt liebe Manager Schleisiger zackt er auf und sagt wenn es nur recht dreht und wendet dann hat unwahrscheinlich viel Platz alles hat Platz der kleinste Raum lässt sich ausnützen wenn man eine richtige Organisation hat der Guru schüttelt den Kopf nein die Lehre aus dem Vortrag ist wenn ihr die großen Steine nicht zuerst ins Glas gebt haben die haben sie dann auch nimmer Platz der existierende Mensch eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirat freies Radio Innsbruck auf 105,9 jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at www.sinn-los.at www.sinn-los.at